Ja, verdammt, ich hab die Baracke leert. Renn schnell wieder voll machen. Ich rücke dir jetzt auf die Pelle. Mit noch einer Wachstube. Oh nein! Kannst du nur. Geht er weg! Hunde gefunden. Die Kohle! Du weißt, es ist Kohle. Warum fress dir meine Kohlen? Vier Kohlebergwerke. Warum vier? Da brauchst du jetzt noch eine Wachstube hin. Das ist ja... Dafür ist es weiter weg von der Mitte, glaube ich, oder? Tacken. Ne, naja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Den Bergdorf ist mir away, wie man das schon sagt. Ne. Ah. Komme ich denn jetzt eigentlich da hoch? Wahrscheinlich, wenn ich hier eine Wachstube baue. Hat der wie man hier sich verbreiten muss, ne? Das ist echt schlimm. Ja. Wie man hier bauen muss. Oh, gerade nicht gefühlt. Aber du hast dasselbe Problem. Ach doch, du hast deine Stube jetzt. Okay. Habe ich hier irgendwo ein Jagdhaus? Ja, da hinten. Brauche ich hier auch nochmal ein Jagdhaus hin. Voll krass am Jagen, Alter. Die armen Tiere. Keine Rohstoffe gefunden. Keine Rohstoffe gefunden. Sehr gut. Ach, das Jagdhaus auch hier. Hier sind auch keine Bäume mehr. Wo sollen hier auch... Tiere sein? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich kann hier auch noch schon irgendwo ein Lager ausbauen, eigentlich. Und ich muss hier wieder vor mir wegmachen, bevor ich durch kann. Aber ich sollte auch lieber Lagerhäuser generell in meine Gegend setzen. In der Gegend herumsetzen. Du bist übrigens der, der am größten ist von allen, Maktan, ne? Okay. Auch von Anfang an, glaube ich. Ja, ich habe mich ziemlich schnell ausgebreitet. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, warum du einfach die ganze Zeit zu tun hattest. Ja, genau. Aber ich habe mir so... Okay, erstmal chillig. Erstmal das Land... Das Land organisieren, bevor ich mich weiter ausbreite. Ja. Ich dachte meist lieber schnell, bevor mir... Ja, der Sascha alles wegnimmt. Ja. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Keine Baumstämme. Ich glaube, ich werde mal ein paar Sägewerke abreißen. Halt ich dich mal ab. Warenstau. Oh, dann brauche ich nochmal eine Fleischproduktion. Habe ich eigentlich eine Eselzucht? Sag mir mal, ob ich eine Eselzucht habe. Ja, habe ich. Also gut, die braucht man hier. Geh los. Dieser Weg ist ja völlig planlos. Ich muss diesen Weg neu machen. Verdammt, wo schäle ich jetzt Fleischerei hin? Ah, da. Ich kann die Sachen einfach echt nicht auseinanderhalten. Ich will dann her. Ja, ich muss auch immer unten gucken. Aber die Position des Gebäudes in dem Menü ist, glaube ich, das, was ich hier einpräge. Stein braucht, hat keine Rohstoffe mehr. Sensor, geteilt. Baracke, fertig. Verdammt, das muss ich jetzt noch anders machen hier. Ach, da ist schon ein Jagdhaus. Hm. Ach, fuck it. Ich halte die Ausno. Fuck. Ja, okay. Gut, aber egal. Voll übersetzt. Weit dürfte ich es bis zum Gegner aber auch nicht mehr haben. Ja. Da müsste irgendwo die Mitte sein. Ich meine, das kann man ja an dem Wasser sehen, wenn es kleiner wird wieder. Ja. Ach, ich hatte noch eine Expedition fertig. Kann ich auch mal hochschicken. Warenstau, Warenstau, Hammer, fertig. Keine Rohstoffe für den Holzfäller da. Oh, so sieht es bei mir halt auch künftig aus. Kohle. Ist voller Kohlen. Eisnerz da oben. Ich hab gleich nochmal da ausbreiten. Kohle gefunden. Gefunden. Eisnerz gefunden. Hatte ich doch schon alles. Ach, Stube, fertig. Okay. Keine Rohstoffe gefunden. Holzfäller. Wobei. Ich glaub, den Holzfäller baue ich da wieder hin. No. Deinen Weg bauen. Und jetzt forste ich das hier wieder auf. Weil hier ist auch ein Jagdhaus, der relativ gut funktioniert scheinbar. Okay. 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 Steinbruch. Aber egal. Ach, das Loch. Okay. Ettergebäude besitzt. Hafen errichten. Guck mal, wo ich meinen Hafen unten hab. Oh, da seh ich den jetzt sogar. Unten längs. Okay. Krass. Dann baue ich hier mal... Dann, warte. Muss ich hier einen Dachturm bauen. So. Ah! Was ist jetzt passiert? Mein Hafen ist weg. Und mein Bauarbeiter. Ich hab den noch nicht abgerissen. Ah, Gott. Ach. Noch mal ne neue Expedition starten. Ah, toll. Ich wollte nur nen Weg weg machen. Und auf einmal war der Hafen weg. Toll, der Bauarbeiter stirbt jetzt. Da unten. Was machst du da? So nen Scheiß. Ich glaube, der rennt jetzt eher einfach die ganze Zeit ziellos rum. Ja, aber der stirbt gleich. Also, der macht halt nix dann. Kann ja nix machen. Oder er läuft den ganzen Weg zurück. Speed verloren. Schon wieder. Da oben, oder was? Ja. Ja, das ist in etwa die Hälfte. Oben hab ich ein bisschen mehr, unten hast du ein bisschen mehr. Na, ich könnte noch nen Fischer bauen. Okay, wo war mein Schlosser hier? Da. Oh, ich könnte noch nicht mehr, unten hast du ein bisschen mehr. Okay. Schaufel, Sense, Wachstube, Pfff. Holzfäller. Äh. Kommst weg, Spitzackel, Steinbruch. Okay. Machstube. Komm weg. Deine Rohstoffe gefunden, Steinbruch. Wir sind fertig. Wenn wir. Das wäre. Wenn wir. Vielen Dank.